Neben dem Berghain in Berlin und dem P1 in München hat dieser Club hier die härteste Tür Deutschlands. Und dafür sorgen wir. Und eins kann ich sagen, wer hier rein will, muss an uns vorbei. Und leicht machen wir es denen nicht. Während in den Top-Clubs in Deutschland gedanst und gemoved wird, steppt hier in der größten Disco der Region Siegburg-Bonn noch der gute alte Bär. Hier in the heat of the night kann jedes Firebeast zeigen, was es drauf hat. Aber erst mal heißt es, Ausweise bitte. Chef, kannst du noch mal gerade vorne kommen? Ich komm raus, alles klar. Und der Chef kommt. Wenn meinen Jungs irgendwas verdächtig erscheint, checke ich das lieber persönlich. Komm mal mit. Moment, Moment, Moment. Chef. Chef zuerst, bitte. Alles gut. Wer bist du? Philipp. Hallo Philipp. Kannst einfach Chef sagen, reicht. Ist der Ivan? Du bist nur ein normaler. Ja, ja, ja. Yo. Ja. Moment. Okay, gut. Super. Nächster Schritt Gesichtserkennung mit einer alten Schreibtischlampe. Komm mal vernünftig. Alles klar. Ich will einfach nur die Diskothek besuchen. Das haben wir verstanden, ja. Klar, klar, klar. Nur ein paar Fragen gerade, dass wir wissen, ob das heute Abend klappt mit dir. Also liegt an dir. Nimmst du Drogen? Nein, eigentlich nicht. Hat er eigentlich gesagt? Nein, eigentlich nicht. Marihuana, Ecstasy, LSD, TEC, VHS, H2O, nix. Okay. Heiz, da ist noch Wasser. Ja. Ja, 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 musst du fragen. Keine Drogen ist gut. Angemessenes Outfit ist besser. Was sagst du, Outfit? Jungs, sympathisch, Outfit. Scheiße. Ja, meine Meinung. Wie bei mir im Dorf. Ja gut, High Heels wäre natürlich schon besser, ne? Ja, das sind High Heels. Die sind voll hoch. Ja, du müsstest natürlich mal ein bisschen gucken, was los ist, wer reinkommt und so. Das muss ja passen. Und was passt, bestimme ich. Oh, 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 oh. Na ja, da ist er etwas anderer Meinung. Aber hey, es könnte schlimmer kommen. Und zwar viel, 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 viel schlimmer. Also besser als nur T-Shirt, das machen. Okay. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Bevor ich das anziehe, dann gehe ich nicht rein. Bei der Gut-Tanz ist er drin, meines Erachtens. Komm. Bewege mich mal grad ein bisschen. Na komm. Joachim Lambi hätte für diese Moves locker eine 9 gegeben. Von mir gibt's ein Hütchen. Ich setze jetzt schon auf und das einmal bringe ich den Kollegen mit. Hüte, Hüte. Kommen wir noch mal zu unserem Super-Checker. Der hat eine wirklich gute Selbsteinschätzung. Wie anziehend findest du dich oder Arm von 1 bis 10? Was würdest du sagen? Klar, voller Pole, Vollgas. Ich mach 8. Komm, mach 8. Ich bin hier auch um 8. Zum Baggern hier, oder was? Er sieht aus, ich glaube, ist ein Profi. Setz dich kurz hin. Wir wollen also einen Test machen, wie du mit den Mädels hier umgehst, okay? Markus, schick mal die Hanna rein, bitte. Hi, Hanna. Der Manni. Setz dich mal da hin, Hanna, auf den Stuhl. Denk mal, der Manni kommt auf dich zu. Der Manni quatsch ich jetzt an. Ja, aber hier ist ja keine Musik, hier fehlt ja alles. Alles klar? Was? Alles klar? Ja. Was machst du denn hier so? Na, ich versteh dich gar nicht. Musik ist so laut. Hey, ich bin's Ivan. Woher kommst du? Alpe! Hey, ich bin's Ivan. Woher kommst du? Alpe! Woher kommst du? Ich find dich voll süß. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Richtung. Eins bis zehn? Hanna? Ne, elf. Kommen die rein oder nicht, die beiden? Also, er auf jeden Fall. Und ähm ... Das ist mein Freund. Ich bring's ihm noch bei. Du willst ihn sein. Sollen wir mal rausgehen? Oder können wir uns mal unterhalten? Ich kenn dich ja gar nicht. Da hast du so einen Blick für? Ja. Was sagst du? Eins bis zehn. Skala. Hanna? Drei vielleicht. Er sagt, er ist eine Acht. Ja gut, ich bin jetzt nicht vorbereitet, hier so eine Aktion zu bringen. Okay. Manni, setz ich mal da hin. Manni, setz ich mal hin. Ja. Ich finde, er hat's gut gemacht. Okay, von mir aus. Aber ich bin ja so viel unter den Diskotheken unterwegs, aber so ist halt immer ehrlich. Verstehst du Spaß? Ja, ja klar. Okay. Mal ganz ehrlich, bist du Lieben? Na klar Manni, du hast mich noch nicht die ganze Zeit nicht erkannt. Nein! Das geht schon rum. Du hast ja die erste Bausteine gemacht. Ja, 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 ja. Aus Alpen! Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!